TAK und leer Den quatschen war nicht Zugang zum Hinterstückzimmer beschaffen Alter Wo ich mir halt den eigenen Quatsch mit dem So Überzeugen wir mal Ja gut Okay Mit dir Hey Bisschen rabiat, aber hey Los da, ich schieb dich Müssen wir halt ein paar Sheets da reinschmeißen Ich bin da drunter verstecken und dann sollte es eigentlich glatt laufen rein theoretisch Achtung Was noch das zwei punkte Das should be enough to hide Nein Die müssen da auch noch mit rein Umso mehr umso besser Ist doch nichts drin Spawn lieber nach Nein Nein Ja doch, die spawnen immer nach, okay Sehr gut Ja, okay Ja Ich dachte, man kann jetzt halt so ein bisschen die Dinger leer räumen und dann sagen, okay, so Vor allem, er schmeißt halt rein und nichts drin Das fällt auch nicht auf, ne, dass der Typ hier auf einmal fehlt und wieder nochmal zurückfahren Ja All right Don't get out now I'm not planning to Remember Stay hidden Of course And no southern moves Shhh Stop talking man They're gonna get suspicious Yeah, yeah, yeah Don't be suspicious Don't be suspicious Don't be suspicious So Okay See what we have here All right Looks good Get out of the way Ist okay Ich hau ja schon ab Okay Time to get rid of that guard now So, mal gucken wie ich die Fache hier irgendwie bezeigen kann What are you doing? Get the hell back to work Yeah, sure But there's a problem with that washing machine Oh, yeah? What's the problem? I don't know, it's broken Hm It doesn't look broken Stop lying Get back to work Sagen wir halt Was are you doing? Get the hell back to work So müssen knapp, he? Yeah, but I think those two guys are just about the fight Where? Over there, right there What? They're not fighting Stop lying and get back to work Ah, is okay Weiss, wir können die Ich muss die Typen erst provozieren Ah, ich muss die Typen erst provozieren Was ist das? Ich habe nichts gemacht Warum hast du das gemacht, Mann? Hey Jackass Hm Who the fuck do you think you are, man? Shit I want to turn you into the guy I want to fuck you up I'm going to fuck you up Right now Hey, 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 hey Die, die schachten sich gleich What the hell? Break it up, guys Stop! Enough Warte Get out of the way Come on now Get off each other Stop! Aber ich kann halt Dude halt nicht ablenken Auch jetzt noch Krachterei Vor allem, er guckt halt auch nur zu, ne? Oh, schnell, 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 bevor sie uns sehen Mal einen Laken mit Da ist zwar schon eins, aber hey Mann, ja, die Sheets Die Cheats Evis Als ob das wirklich so hält Ja Hm? Jetzt, hm Warum auch immer Ja, ab und zu Ist es halt ein bisschen am Backen und sowas Warum? Wieso? Weshalb? Weiß ich nicht Keine Ahnung Manchmal so mit der Übernegabe und sowas Na, ein paar Sheets hier Ein paar, ein bisschen Geld-Sheet Als ob drei reichen würden Könnt einfach jetzt stehen Später am Abend Könnt einfach jetzt stehen Später am Abend All right That should do it Yeah Let's hope so Beziehungsweise in der Nacht Not really Let's hope these Sheets will hold together Dann Woah, what do you mean? Well, it's Sheets Not a rope You never know Oh, shit Okay, da gibt grad, ne? Doch, links schon deine Ansonsten so viel gibt's jetzt da nicht zu gucken Das Ding müssen wir gleich zusammen hochheben Aber hier hinten war ja auch nix irgendwie, was wir noch benutzen können Ist ja kein Resident Evil oder sowas Warum hat's hier Türen und all den Scheiß Why? Ach, da ist ne Tür Ah Das ist doch so, so ein bisschen verwinkelt Wo ab und zu Türen sind Wo du denkst da, warum sind da Türen Ready to get down there? Really? It's pitch black We need a light Yeah, fuck it I'll go first You okay? Ah Ja We need a light We need a light We need a light Yeah Can't see shit down here Ah, besorge uns mal Licht Can I get some light over here? Ja, ähm Da war doch irgendwas, was du mit rücken konntest Ja, wahrscheinlich wieder hoch Da Taschenlappe nehmen Ja, ist ja gut Ehh Stress Ich hab dunkel, äh Angst im Dunkeln Ich hab dunkel immer Angst Verstehen? Ja Ui Räuchten sie mal über Ui Ui Hä? Ist es wahrscheinlich auch Oh, hier brauchen wir Licht Aber als ob er das nicht sieht, ist er als ob das so stark Busse ist The waterfall Kann denn hier hoch? Kommst du nicht auf der anderen Seite raus? Ach ne, Taschenlappe nehmen Vincent, hand me the flashlight Gepär das Ding Haha Könnt ihr jetzt ins Gesicht verhunzeln? Ne Ah doch Bin ich so schnell Oh Bin ich so schnell Warte, 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 bin gleich da Da ist ein Schloss Da ist ein Schloss Oh ja Achso Finde ich auch immer so ein Phänomen So ein Schloss, alles drum und dran By the way, das Schloss ist gar nicht aufgegangen Ähm, mit so einem Stein kaputt machen Glaub nie im Leben, dass das funktioniert Get over here Let's bust this up Ah Oh Okay Kein Reiz Area A Ist hier nischt Also überhaupt nix mit Area A Das ist halt so dunkel Sie selbst mit meinen auferhältn Bildschirm nix Hm Aber Area A sieht doch okay aus Shit Guard Up there Glaub die runter gucken Okay Guard over there, okay Wir machen das Blech einfach mal weg Haben sie auch hundertprozentig nicht gehört Oh fuck It's too high man And nothing to climb on either Here Give me your arm What for? Cause I've got an idea Turn your back against mine Are you kidding me? Just remember to push against my back It's never gonna work Relax It's too high man I used to do this as a kid all the time You're nuts Easy now It'll be much quicker if we go together at the same time Oh Ich hab gekackt Warte Ja Musst noch einmal hoch Ja Warte So jetzt Die Wache läuft einfach mal so entspannt lang Das ist halt echt ein cooles Feature Oh Gott es will Das ist halt echt cool gemacht an sich Das man hier so einen Kamin klettern halt drin hat Wo beide halt rechtzeitig drücken müssen Über Tastatur geht es jetzt halt ein bisschen blöd Aber ansonsten wenn man halt über Konsole spielt könnte natürlich einer Ähm Ja beide Kontrolle nehmen und rechtzeitig drücken Wenn man es halt ein bisschen vereinfacht haben will Aber so geht es ja auch Ja Der Bereich ist doch relativ groß wo man drücken muss also von daher Ja At last Afraid of heights? Something like that Are you fucking serious? A wrench would be nice There's only one place you can get that the workshop Yeah Damn it I guess it's the same way down right? Yeah No childhood tricks up your sleeve? Afraid not Shit Also Schraubenzieher ist es eher nicht dem man da braucht Sondern eher einen Mausschlüssel oder einen Ringschlüssel Da haben wir eine feste Stellbahn im Mausschlüssel Da haben wir eine feste Stellbahn im Mausschlüssel Da haben wir einen feste Stellbahn im Mausschlüssel Da haben wir eine feste Stellbahn im Mausschlüssel Ich finde es halt schon interessant das Ähm Dum 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 Dass die auf einmal halt wirklich rüber reinkommen Ja der Wo sie halt hin müssen Da drin Der ist drin Dum 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 Das ist auch cool dass man halt auch wirklich Fortschritt hier auch beim Abhobeln sieht Dass das halt immer länger immer weiter wird Wir können diese Hatch